In dieser Folge geht es um das Medizinstudium. Ja, wie kriegt man Medizinstudium Platz? Was sind die Tücken des Systems? Ja, wie werden unsere jungen Ärzte ausgebildet? Was läuft vielleicht schief? Ja, in diesem Sinne viel Spaß mit der nächsten Folge. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Auch meine Anamnese bei dir. Auch meine Anamnese bei dir. Kurz, wenn man nicht weiß, was eine Anamnese ist, das ist im Prinzip das Untersuchungsgespräch. Genau, die Erhebung deiner Kranken- bzw. deiner gesunden Geschichte. Weil das ist ja auch so was, das ist immer so krankheitsdefiniert. Und das ist ja was, was wir leider im Studium mitbekommen haben, dass wir lernen, Krankheiten zu behandeln. Also vor allem die Symptome zu kontrollieren einer Behandlung. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei uns war es zumindest so, dass Prävention oder Gesundheitsförderung oder Ernährungsmedizin, das war eine Vorlesung bei uns in den sechs Jahren. Du hast jetzt drei spannende Felder aufgemacht. Studium. Inwieweit bereitet uns das Medizinstudium vor, auch die Patienten gesund zu halten? Dann hast du darüber geredet, über die Basics. Und da habe ich eine lustige Geschichte, wie das aus dem Fernsehen ist. Weil ich glaube, dass wir in einer Bubble sind. Wir sind eher in der Richtung Selbstoptimierung und Gesundheit. Und wir nehmen Faktor Q10 ab. Aber die Realität der Menschen, weil wir sind ja in so einer Praxis-WhatsApp-Gruppe. Und da finde ich es immer so lustig, wie was für einen Eindruck die Mitglieder der Gruppe haben, was das Problem der Erfolgsgesundheit ist. Ja, ich glaube, du weißt es. Das ist das Dritte. Und das andere ist Gesundheitssystem versus Krankheitssystem. Oh ja. Und du bestimmst jetzt, welches der drei Themen wir als erstes besprechen. Weil du hast diese drei Themen aufgemacht. Fangen wir einfach mit allem an. Ist mir völlig wurscht. Okay. Dann möchte ich über die Basics sprechen. Ja. Ich war als... Ich muss ein bisschen aufpassen, weil du unterschreibst, wenn du im Fernsehen bist, immer so ein Vertrag, wo draufsteht, sag keine Internas. Ja, also nichts, was da irgendwie intern ist. Deswegen versuche ich so ein bisschen... Ich habe mit einem sehr berühmten Menschen gesprochen, der übergewichtig war. Ja, und es ging gar nicht um sein Gewicht oder so, sondern der hat mich gefragt, wie ich denn diese neuen tollen Stoffwechseltests finde. Denn es ist ja total krass, dass es Menschen gibt, die auf Kartoffeln anders reagieren als auf Süßkartoffeln. Und zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht anders auf irgendwas reagieren. So. Und er wollte mich die ganze Zeit fragen, wie sehr ich mich damit auskenne. Und dass das für ihn bestimmt der Grund ist, warum er sich wenig bewegt und so übergewichtig hat. Und während er mir das erzählt hat, hat er sich Pommes, Currywurst reingefahren um 12 Uhr mittags und dabei einen Liter Cola getrunken. Genau. Und ich dachte mir... Vielleicht ist das der Grund. Ich dachte mir... Weil ich habe... Also keine Ahnung. Ich kenne mich natürlich nicht so gut aus über Blutwerte wie du. Ich würde denken, ich habe eine gute Fähigkeit in der Sache, in der Kommunikationsgeschichte, dass Leute Sachen verstehen und vielleicht auch, dass Menschen sich so ein bisschen selbst entlarven. Und jetzt nicht so im Sinne von, wie das andere Ärzte machen, rauchen ist schlecht, hör auf. Sondern dass die so denken... Wobei ich das schon auch sage, rauchen ist schlecht, hör auf. Ja, ja, ist ja total okay. Das muss man auch sagen. Das ist ja total okay. Manchmal, das muss man ein bisschen unterscheiden. Man muss manchmal bei bestimmten Patientengruppen sehr, sehr deutliche Worte finden, weil die es anders nicht verstehen. Und dann kannst du es aber auch nur äußern und deine Empfehlungen bestmöglichst denen geben und wenn die es trotzdem nicht umsetzen. Du hast keinen Einfluss dann, ja. Also ich meine, machen müssen es halt immer die Leute selber. Es wird niemand kommen und denen die Arbeit abnehmen. Es wird niemand kommen, der für die zum Sport geht, der für die die Ernährung umstellt, der für die kocht oder so. Das wird es nicht geben. Das müssen die selber machen. Also du appellierst an die Eigenverantwortung des Patienten. Absolut. Das hassen die Menschen. Tja. Ich merke nämlich immer mehr und da kommen wir nämlich jetzt zu diesem Punkt, dass wir in so eine USA-Mentalität geraten. Weißt du, hey, wir kaufen was, was schlecht für uns ist und dann verklagen wir den Hersteller. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich werte auch, da war ich in einer anderen Sendung. Ich muss jetzt erstmal noch, also gleich erzähle ich, komme ich wieder zurück, aber da sollte ich so ein bisschen High-Protein-Produkte exposen. Ja. Und wir beide wissen, High-Protein-Produkte haben schon seine Daseinsberechtigung. Aber ich kann natürlich auch, also ich würde jetzt nicht jemanden, der sich überhaupt nicht mit Gesundheit auskennt, überhaupt nicht mit Ernährung und sich nicht bewegt zu sagen, kauf doch lieber das High-Protein-Produkt als das andere Produkt. Aber es ging in der Sendung, wir haben es dann gut gelöst. Also ich war sehr zufrieden mit der Sendung, wie die gemacht wurde. Aber am Anfang hatte ich den Eindruck, die wollten das so exposen. Weißt du, so die Industrie macht so ein böses Marketing und macht so schwarze Verpackungen. Und dann hat man den Eindruck, das ist für Sportler und für dich viel gesünder. Und ich sollte im Prinzip sagen, das ist alles nur Marketing. Und ich durfte aber dann darstellen, hey, wie ich gerade gesagt habe, es kommt auf die Basics an und so weiter, aber es hat seinen Sinn. Aber das Wichtigste ist, die Leute sind fucking verantwortlich, was die essen. Richtig. Und das wollte mir die Kollegin, die Kollegin wollte mir das dann halt im Prinzip auch noch sagen so, ja, aber die Frau, die so viel arbeitet, ja, die hat keine Zeit, sich und deswegen ist sie von dem Marketing und so weiter. Dann hat sie mir aber im Nachgespräch gesagt, Felix, kann ich ja sagen, ja, der meinte so im Sinne von Felix, ja, die Leute sind schon alleine verantwortlich. Ja, natürlich. Aber wenn ich denen das sage, dann gucken die mich nicht mehr. Ja, und das ist halt dieses, das ist genau dieses Mindset, lass uns etwas kaufen, was schlecht für uns ist und dann sind wir so abgefuckt und empören uns und rufen bei der Verbraucherzentrale an und sagen, das ist ja so gemein, anstatt zu überlegen, warte mal, ich bin doch der, der das einkauft. Ich bin der, der das isst. Ich bin der, der sich bewegt oder nicht bewegt und so weiter. Kann ich jetzt wirklich, keine Ahnung, Bubi oder ich kenne diese ganzen Milchmarken nicht, ich habe nur die, keine Ahnung, Ermann oder so, kann ich jetzt Ermann die Schuld geben, dass die mir, also, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber gerade dieses Ernährungsthema ist halt häufig auch ein finanzielles Problem für die Menschen und da muss man schon sagen, dass die frischen Lebensmittel, halt deutlich teurer oft sind als die abgepackten und hoch prozessierten Lebensmittel und für Leute, die einfach super schwierig oder die halt eine Menge Probleme haben finanziell, ist es dann schon ein Punkt und das ist ein politisches und ein Systemproblem. Und das sehe ich genauso wie du. Ja, vor allen Dingen bestimmte, keine Ahnung, jetzt Obst, was importiert ist oder so oder andere Sachen. Man muss aber auch sagen, viele verarbeitete, prozessierte Produkte sind teuer und ungesund. Ja. So, verstehst du? Und was ich, und das ist einfach so meine Mentalität, was ich jetzt nicht so möchte, wenn jetzt jemand das hört, kommt dann nämlich genau der gleiche Einwand, nämlich, das ist eigentlich, Gesundheit ist für mich zu teuer, deswegen lebe ich ungesund. Ja. Und da können wir auch mal überlegen, hey, wir können einen Podcast machen, hey, wie kannst du dich denn gesund ernähren? Ja. Im stressigen Alltag und das ist günstig. Ich meine, wie günstig sind Haferflocken? Ja. Ja, wie günstig sind lokale Äpfel? Wie günstig ist zum Beispiel jetzt Tiefkühlobst im Vergleich zu frischem Obst? Also, ich finde, der Punkt ist absolut super, dass wir eine sehr ungerechte, Ungleichbehandlung haben von Menschen mit viel Kohle und wenig Kohle auf die Gesundheit. Aber ich möchte bitte nicht, dass man darauf zu viel guckt, sondern so ein bisschen auf seine Antwort. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es gibt ja Möglichkeiten, wie du es jetzt eben schon angesprochen hast. Also, Tiefkühlgemüse ist eine super, super Möglichkeit, relativ günstig an Gemüse zu kommen und das auch noch sehr, sehr, sehr viele gute Nährstoffe enthält, weil das halt schon gefrostet wird. Und weil du gesagt hast, weil es viele Leute gibt, die halt dann die Stars Job hin und her und keine Zeit haben. Ich habe ja noch ein eigenes Coaching-Gewerbe nebenbei und da sind ganz, ganz viele Mamis dabei, die Vollzeit arbeiten gehen, die drei Kinder zu Hause haben und die trotzdem das alles auf die Kette kriegen. Ja, das ist nicht leicht. Das sagt kein Mensch, dass das leicht ist, dann abends noch irgendwie eine halbe Stunde für sich zu nehmen und wirklich sich noch zu bewegen oder doch noch eine Runde spazieren zu gehen. Aber die machen es einfach. Warum machen die das? Weil sie was verändern wollen. Die haben so einen Leidensdruck, die kennen ihr Warum. Was ist ihr Warum? Ihr Warum ist gesund zu werden. Für wen? Für sich selbst. Und? Und ihre Kinder wahrscheinlich. So, kurze Unterbrechung, eigene Werbung von mir. Ich habe ein Buch geschrieben und das könnt ihr euch jetzt kaufen. Ja, hier drunter ist ein Amazon-Link und ich mache es ganz kurz und dann könnt ihr auch gleich wieder weitergucken, wenn es euch nicht interessiert. Und wenn du dich für Gesundheit interessiert, für gesunde Ernährung, wie man das alles in den Alltag easy integrieren kann und das Wichtigste, dass dein Leben halt jetzt schon gesund und auch damit richtig geil sein soll und nicht erst später, dann ist dieses Buch für dich und das Verabschluss vielleicht auch interessant. In diesem Sinne, viel Spaß weiter mit dem Video und schau doch mal auf dem unteren Link vorbei. Und ich will nämlich jetzt darauf hinaus, ja, ich will darauf hinaus, weil du hast gesagt, die schaffen es, trotz ihrer Kinder gesund zu sein. Und ich hatte genau so einen Kommentar, der gesagt hat, Felix, sind nicht deine Tipps irgendwie nur für Single-Leute oder so? Ich habe so viele Kinder und häufig ist es so und es tut mir leid, dass ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich habe selber keine Kinder. Ich kann nur das sagen, was mir solche Menschen erzählen, wie die bei dir sind. Die sagen nämlich nicht mehr, trotz meiner Kinder, sondern wegen meiner Kinder. Ja, also und wie viele Storys kennt man von halt, also aus einer anderen Perspektive, von Eltern, die halt früh gestorben sind, weil die so viel Stress hatten, weil die sich nicht um ihre Gesundheit gekümmert haben und so weiter. Und deswegen finde ich das immer so krass, was man immer als Stolpersteine nimmt oder als, ja, klingt böse, aber auch teilweise als Ausreden, um selbst irgendwie sich nicht so um die Gesundheit zu kümmern. Da möchte ich halt einen, also jetzt gar nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, du bist schuld, du musst das machen, sondern einfach das Framing verändern, dass man dann sagt, ey, nicht trotz meiner Kinder habe ich das geschafft, sondern wegen meiner Kinder dann nehme ich mir jetzt noch Zeit für mich, genau, für eine halbe Stunde Walkie, genau, oder ich preppe ein bisschen, also, genau, oder ich plane einfach die nächsten Tage, das nimmt ja auch schon super viel Druck, ja, also das ist ja oft das Problem, dass man dann einen super vollgepackten Tag hat und dann nicht weiß, zu welchem Lebensmittel greife ich denn jetzt. und wenn man sich vorher einen Plan macht, dann nimmt es schon so viel Stress raus, dass ich dann einfach weiß, okay, ich habe das jetzt vorbereitet, ich esse halt meine drei, vier Mahlzeiten und habe, ich weiß, das ist einfach im Kühlschrank, ich muss einfach nur die Tür aufmachen und mir das rausholen und warm machen. Das nimmt so viel Druck. Ich finde das super, dass du das sagst, weil wir, lass uns dann jetzt mal zu den Basics kommen und jetzt hört das irgendeine Mutter, die ist entweder total erzürnt oder die sagt, hm, vielleicht ist da doch was Wahres dran, was kann sie denn jetzt, was hast du irgendwie für drei Tipps, die du umsetzen kannst, denn, wie gesagt, ich erinnere mich an diese Sendung, an diesen Herrn, der sehr berühmt ist und meinte, was ist denn mit dieser Stoffwechseldiät und so weiter, während er sich irgendwie Pommes reingefahren hat und ich dachte, es kann bei der Diagnostik nicht rauskommen, dass es gesund ist, dann Pommes und Currywurst für dich zu essen. Also er wollte im Prinzip Histamin. Das ist das Problem. Ja, Histamin ist das Problem und deswegen ist das alles so. Das liegt nicht daran, dass ich mich nicht um meine Gesundheit schere oder so. Es liegt auch nicht am Nalkurribus, es liegt an Histamin oder ich habe eine Glutenunverträglichkeit und deswegen setzt es bei mir halt an. Man weiß, es gibt natürlich schon körperliche Erkrankungen, die dazu führen können, dass man wirklich Schwierigkeiten mit dem Gewicht hat. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber da ist es umso wichtiger, diese Basismaßnahmen in Check zu kriegen. Und die Basismaßnahmen sind die Ernährung, Bewegung und der Schlaf. Schlaf, Schrägstrich, Regeneration. Und was Ernährung angeht, das Erste, was ich mir halt anschaue, beziehungsweise was ich meinen Coaches an die Hand gebe oder mir wünsche, dass sie die erste Zeit einfach mal aufschreiben, alles, was sie so essen. Und da passiert schon ganz viel, weil es ist super viel Achtsamkeit plötzlich dabei, dass ganz häufig, also bei den meisten in der ersten Woche dann kommt, boah, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich zwischendrin so viel nasche oder zwischendrin mir schnell mal einen Schokoriegel reinziehe oder zwischendrin dies oder jenes habe. und allein diese Achtsamkeit und zu gucken, was esse ich eigentlich den ganzen Tag, bewirkt unglaublich viel. Ey, und ich bin da genau der richtige Adressat. Weißt du, was ich manchmal mache? Wenn ich Chips esse oder so? Ich esse sie besonders schnell. Ich denke irgendwie, du musst sie jetzt ganz schnell essen, dann merkst du es halt gar nicht. Genau, deswegen brauchst du noch eine zweite Tüte. Und es macht halt auch so einen Unterschied. Du hast gesagt, achtsam essen, was aufschreiben. Weißt du, was bei mir schon einen Unterschied macht? Mir einen Teller zu nehmen. Weil ich denke ja manchmal, ja, dann wird das schmutzig und so weiter. Komm, fährst du dir das eben. Also alles mal auf den Teller zu legen und ein Foto zu machen. Und das ist der zweite Punkt, den ich immer wissen will von meinen Klienten. Wie ist das Setting? In welchem Setting wird gegessen? Ist es zwischendrin, zwischen Türen Angel oder wird sich wirklich an den Tisch gesetzt? Da, hier, Handy. Läuft es nebenbei? Läuft der Fernseher nebenbei? Essen ist eine Tätigkeit. Genauso wie Autofahren. Da macht man ja auch nicht nebenbei irgendwas. Essen bedarf, also Essen ist Genuss, ja. Und das ist eine Tätigkeit, der man Aufmerksamkeit schenken muss und sollte und darf. Und allein für die Sättigung schon sehr, sehr wichtig. Auch die Vorbereitung, Dinge zu kochen. Da passiert ja auch schon viel. Da entstehen Enzyme schon im Speichel für die Vorverdauung von Kohlenhydraten zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die physiologischerweise schon beim Kochen stattfinden, die sehr wichtig sind. Wer kocht denn heutzutage noch? Das sind die wenigsten Leute. Also schnell, schnell irgendwie Lieferdienst, sich irgendwo was holen, Lieferdienst, weiß kein Mensch, was da eigentlich drin ist, mit was die da kochen. Das sind alles Dinge, das ist nicht nur das Thema, was kommt auf den Teller, sondern ganz viel drumherum. Weil Essen ist ein unglaublich emotional behaftetes Thema für sehr viele Menschen, die gar nicht oft mehr wissen, wann habe ich eigentlich Hunger oder wann ist es Appetit, wann ist es vielleicht Langeweile oder wann ist es ein Ventil für mich. Ein Ventil, um Dinge auszugleichen, um negative Gefühle auszugleichen oder, oder. Das sind super wichtige Aspekte, die da mit reinspielen. Wie schaffst du denn, das alles rauszufinden? Also ich habe auch so E-Books geschrieben, da geht es um die Ernährungsfehler. Zum Beispiel Essen als Belohnung, Essen aus Langeweile ist ein Essen aus Frust. Also wir denken ja, dass wir essen, weil wir Hunger haben. Das stimmt ja gar nicht. Also wie häufig essen wir, obwohl wir keinen Hunger haben? Wie schaffst du denn das in so einer, als Ärztin das mal eben so mit einer Klientin, Coachie zu... Genau, da muss man es ein bisschen trennen, weil das Coaching ist völlig unabhängig von der Praxis. Also das ist ein reines Ernährungs- und Trainingscoaching und die Praxis ist die Praxis. Also mit meinen Patienten und Patientinnen wird die Ernährung natürlich auch besprochen, selbstverständlich. Und da sind so Schlagwörter, wie man sowas vielleicht rausfinden kann, so Thema Heißhunger. Wenn so ein Stichwort fällt, muss man immer gucken, wie häufig wird gegessen, wird regelmäßig gegessen, was wird gegessen. Es sind sehr viele Kohlenhydrate dabei, die einfach Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel haben und Insulinausschüttung dahingehend dann Heißhunger-Attacken zum Beispiel auslösen können, weil der Blutzuckerspiegel wieder zu stark absinkt. Das sind Sachen, die man dann im Gespräch rausfindet. Also durch Fragen, einfach durch Fragen. Und zwar nicht nur, was isst du, sondern eben die ganzen Dinge, die ich jetzt vorher genannt habe, dass man die einmal mit abklappert. Woher hast du diese ganzen Kenntnisse? Also weil ich hatte das Gefühl... Dein Mikro sinkt. Dein Mikro sinkt. Ich hatte das Gefühl, in meinem Studium lerne ich nichts davon. Nee. Und bei mir war das so, ich war auch mein Leben lang eher so ein bisschen pummelig und unsportlich. Du. Haha, ja, jetzt kommt mein bester Freund und sagt, ja, wusste das nicht? Nee. Ja. Ich habe Sport gehasst. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Was? Ultra. Ich habe immer schon Sport gemacht. Ja, also wirklich. Ich weiß auch, wie es ist, als letztes gewählt zu werden und so weiter. Also die ganze Scheiße habe ich mitgemacht. Denkt man ja gar nicht, weil heute bin ich ja so ein Zismann, der irgendwie gemein ist und irgendwie Gargamel und Voldemort. Sorry, ich musste ja die ganze Zeit an einem Ding. Kannst du das mal drehen? Du bist ein Schatz. Und mein Wissen, was jetzt Prävention, Ernährung und Sport angeht, kommt halt aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich habe halt im Studium alles, was ich konnte, irgendwie darauf übertragen. Also ich fand zum Beispiel die ersten zwei Jahre, die sind ja, wie funktioniert der Körper im gesunden Zustand. Das war mega spannend. Und das hassen eigentlich alle Ärzte. Ja. Ja, das ist so lustig. Die Vorklinik hast du, genau, die scheiß Vorklinik. Aber die war super. Ich fand es auch cool. Und danach diese ganzen Medikamente und Pharma und... Da lernst du halt, Krankheiten zu behandeln. Genau. Oder die Symptome einer Krankheit zu behandeln. Und wie war das, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wie war das bei dir im Studium? Hast du das alles gelernt? Nee, im Studium natürlich nicht. Deswegen habe ich auch meinen Ernährungsmediziner jetzt gemacht. Also der läuft auch noch dieses Jahr, geht noch das ganze Jahr lang. Und habe mich sehr, sehr, sehr viel weitergebildet. Ich habe eine Ausbildung zum Health Coach gemacht. Super coole Ausbildung auch. Da habe ich viel, viel Wissen zur Prävention mir angeeignet. Ich habe noch eine Fortbildung bei der Bayerischen Landesärztekammer für Gesundheitsförderung und Prävention gemacht. Ja. Ja? Lassen wir mal so stehen. War nicht so cool. Okay. Ich glaube, ich muss mal rausschneiden. Ich frage einfach nicht nochmal danach. Sorry. Aber ich will auch auf eine Sache da so ein bisschen hinaus. Dass unser Ausbildungssystem einfach vor einer gewaltigen Veränderung steht. Das ist ja nicht mehr ganz tragbar durch das Internet und dadurch, dass sich das Wissen immer kürzer revidiert und verändert. Ja. Ja, das Medizinstudium. Ich weiß nicht, wann das jetzt mal so richtig reformiert wurde. Weißt du, die reformieren ja nur irgendwie so ein Modellstudium und bringen das Ganze genau gleich bei, nur dann auf ein Organsystem und die gleichen Fächer dann halt in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Ja, aber es geht halt, wie du halt sagst, es geht um Krankheit. Es geht nicht um Gesundheit. Und ja, wir machen jetzt auch gerade noch einen Master für Prävention und Gesundheitsförderung und funktionelle Medizin. Das ist der erste Studiengang in Deutschland, in Dresden, an der Uni. Und es kommt zu... Den machst du? Ja. Okay. Und es kommt zu langsam. Wieso machst du denn, also... Naja, weil... Das ist ja eine Frage für mich, aber mich hat das so ein bisschen frustriert tatsächlich, dass jetzt der Staat oder ein Ausbildungszentrum oder so ganz genau bestimmt das und das und das hast du zu wissen. Und das prüfe ich. Und ich habe mich halt häufig gefragt, glaube ich, wie du auch in der einen oder anderen Ausbildung. Qualifiziert mich jetzt diese Ausbildung oder lerne ich da jetzt wirklich was, um den Menschen zu helfen? Ja. Und deswegen bin ich da so ein bisschen von weg. Also auch in Düsseldorf hat einer meiner Lieblingsdozenten, hat auch so ein Fach jetzt gemacht, was in die Richtung geht. Und da bin ich auch total spannend, wie das wird, weil der hat das Übelst drauf. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass man sich durch das Internet so viele Sachen selber beibringen kann, plus auch Gesundheit ja auch selber erleben kann. Das ist ja dann etwas, wo es kein Zertifikat für gibt, sondern du kannst ja theoretisch deine Geschichte erzählen. Ja. Und das wird so ein bisschen verlacht, glaube ich, weil es nicht so evident ist und keine staatliche Förderung hat und so weiter. Genau. Und Evidenz wollte ich jetzt gerade ansprechen, weil das war zum Beispiel der Grund, warum mir der Masterstudiengang einfach so wichtig war, weil ich einfach mir gern auch die Daten dazu anschaue. Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie nur immer Meta-Analysen braucht, überhaupt nicht, weil ich finde so Case-Studies sind ebenso wichtig und brauchen Aufmerksamkeit, weil es gibt vielleicht einfach noch nicht genügend Daten, um eine Meta-Analyse draus zu machen. Und vor allem ist es schon schön zusammengefasst. Also man guckt sich ja die Inhalte an und es sind halt Inhalte, die mich unglaublich interessieren und die wir halt auch in der Praxis machen. Und ja, versuche mich halt da einfach immer weiter reinzugraben in dieser Schiene. Evidenz. Wie wichtig findest du Evidenz? Und jetzt unsere Basis. Evidenz und evidenzbasierte Medizin ist unsere Basis, auf der unser Wissen fußt und die wir als Grundlage nehmen. Allerdings gibt es auch Erfahrungswerte, die in Evidenz mit reinspielen dürfen. Und das auch super wichtig ist. Also ich weiß nicht, wie es dir ging damals im Pjot oder so. Da hieß es dann immer, ja, wir machen das so und so. Und wenn du dann gefragt hast, wieso? Ja, wir machen das immer schon so. Und weil der Chef das hier so macht. Okay. Dann wird es halt so gemacht. Ja, das sind ja auch Dinge, die halt auf Erfahrungswerten basieren, die ja nicht unbedingt schlechter sind dann. Aber vielleicht ja schon. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Und ich finde, dass es viel zu, dass dieses Thema Evidenz sehr zwanghaft oft benutzt wird, um Dinge zu widerlegen oder zu bekräftigen. Aber es ist nicht alles. Es ist unsere Basis und die sollten wir nutzen und wir sollten uns die Daten anschauen. Aber es gibt nirgends so viele neue Daten wie im medizinischen Bereich. Also guck doch mal auf PubMed, da kommen ja täglich, weiß ich nicht, wie viele Studien raus. Und das kann man natürlich gar nicht mehr überblicken. Und deswegen gibt es ja für uns auch unsere Leitlinien. Ja, da sind ja auch die ganzen wissenschaftlichen Daten zusammengefasst. Was ich manchmal schwierig finde, wie schwierig es gewisse Studien oder gewisse Ergebnisse finden in den klinischen Alltag. Weißt du, auf Social Media haben wir das Gefühl, wir brauchen immer Evidenz, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen. Aber zum Beispiel in der Praxis selber. Zum Beispiel eine Freund von mir hat Rheuma. Und sogar in den Leitlinien steht jetzt, dass Omega-3-Fettsäuren indiziert sind. Und das ist kein, wie soll ich das sagen, das ist kein Heilkräuter, wo du denkst, sondern das ist einfach brutale Biochemie. Und bisher habe ich keinen Rheumatologen kennengelernt, der das weiß. Und das finde ich, also, Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, und dann gibt es halt so diese Oldschool, die sagen, hey, Medikamente sind alles. Und das ist ja evident. Und evident ist ja nichts, was mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat oder Heilkräuter oder so oder Sport. Deswegen sind ja auch deine Storys so gut mit Sport halt ja wirklich. Ja. Und das finde ich, da ist Evidenz wirklich wichtig. Sonst finde ich häufig, gerade auf Social Media dient halt Evidenz dazu, irgendwelche Leute zu beleidigen oder irgendwie Produkte zu verkaufen. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, aber nochmal zu dem Thema, weil du gesagt hast, ältere Kollegen, die dann sagen, nur noch das oder das, die haben halt irgendwann nur das und das gelernt, ja, und haben halt vielleicht einfach auch nicht die Zeit, sich das anzugucken, nicht die Muße, sich die Daten nochmal reinzuziehen. Und da, finde ich, gibt es einfach auch zu wenig, Druck ist das falsche Wort, aber... Ey, nein, das ist das absolut richtige Wort. Es wäre gut, ja, sorry, erzähl das in nett. Ja, es wäre halt einfach gut, wenn sich Kollegen bemühen müssten, sich neueste Daten anzugucken, sich einzuverleiben und den Patienten das angedeihen lassen könnten. Sowas fände ich super. Ja, wird es wahrscheinlich nie geben, sondern immer nur der eigene Anspruch und wenn man dem gerecht werden will, wenn dieser Anspruch sehr hoch ist, dann bedeutet das eine Menge Arbeit, weil man auch sagen muss, wenn man Vollzeit arbeitet, wird es echt schwierig, sich da selbst noch hinzusetzen und sich diese Sachen reinzuziehen. Ich war letztens auf einer Pressekonferenz zum Thema YouTube Health. Es gibt jetzt so ein So ein Claim. Genau, dass es eine gesicherte medizinische Information ist und Liebschirm Aber hat doch auch Liebschirm gebracht bekommen. Ja, ist doch schon wieder voll für den Arsch, oder? Ja, da gibt es viele Meinungen, sagen wir es mal so, die das Das war meine Meinung. Ja, da gibt es viele Meinungen. Das Thema, das können wir jetzt nicht nochmal aufmachen oder wenn es hier ultra wichtig ist, aber gut. Worauf ich aber hinaus wollte bei diesem Ding, zum Beispiel auch bei Liebschirm und Bracht. Wie soll ich das sagen? Uns Ärzten, Wissenschaftlern ist Evidenz sehr, sehr wichtig. Aber weißt du, wem die Evidenz vielleicht gar nicht so wichtig ist? Den Patienten. Und das ist was total Verrücktes und deswegen fand ich tatsächlich diese Auszeichnung total genial. Die Idee, nicht wie das jetzt umgesetzt wird, da gibt es ja auch noch einen Gap, denn die Menschen informieren sich halt im Internet über Medizin und über Gesundheit und deswegen finde ich das auch so klasse, dass du halt auch auf Social Media auftrittst und so weiter, weil da suchen die Leute und ich möchte auch so viele Ärzte und Psychotherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter wie möglich motivieren, auch ins Internet zu gehen, weil da suchen die Patienten. Es gibt 1,6 Milliarden Suchanfragen nur auf YouTube in Deutschland. Das bedeutet, wenn jetzt jemand krank ist, dann gibt er seine Krankheit bei YouTube ein oder so. Und deswegen ist das so schade, dass irgendwie teilweise Ärzte oder teilweise Journalisten immer sagen, nee, Ärzte kommen, geht doch mal nicht ins Internet. Weil welche Informationen werden dann gepusht? Vielleicht nicht evident. Und ich will ja noch mal so ein bisschen auf den Patienten hinaus. Du hast nicht geimpft, ne? Doch. Ach, du hast auch geimpft? Corona geimpft. Ja, genau. Okay, ja. War eine spannende Zeit, oder? Ja, sehr spannend. Habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ist ja ganz spannend. Bei mir war einer der häufigsten Fragen, als man noch nicht genau wusste, ist das jetzt gesund, ist es nicht gesund und so weiter, sind Sie denn geimpft als Arzt? Und diese Information war dem Patienten wichtiger als jegliche Evidenz und alles andere. Und das, finde ich, ist verrückt. Das ist, also bei mir, ich habe mich letztens auch erwischt, ich glaube, das war eine Versicherung oder so. Wenn ich den Typen frage, hast du sie denn auch? Ja, stimmt, nee, sorry. Ich weiß es, sorry. Ich war vorgestern bei einem Zahnarzt. Das war eine Versicherung, das war bei einem Zahnarzt. Der wollte mir halt irgendeine Beißschiene empfehlen, ja. Und der hat mir das halt irgendwie evident erklärt, hat mir die Zähne gezeigt, wo ich dann irgendwie drauf beiße oder nicht drauf beiße, aber ich denke ja, er ist halt ein Businessman, hat irgendwie zehn Porsches und so weiter und will mich jetzt zum chronischen Patienten machen. Geh mir nicht auf den Sack. Deswegen habe ich ihn gefragt, hast du so eine Beißschiene? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich dir auch. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist auch was, was ich meinen oder unseren Patienten auch mitgebe, dass man, wenn man sich unsicher ist mit einer Empfehlung eines Arztes, dass man dann, also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich selber zum Arzt müsste, dann würde ich fragen, entweder, ob er es selber machen würde bei sich oder bei seiner Mama oder seiner Schwester oder Sonstiges und dann die Reaktion abwarten und dann weiß man meistens sehr, sehr gut, ob man es machen soll oder nicht. Das ist ein sehr, sehr gutes, probates Mittel in Anführungsstrichen und du hast recht, da ist oft ganz, ganz, also die Evidenz gerät völlig in den Hintergrund. Ja, stimmt. Und weißt du, wo mich das hinführt? Und das ist vielleicht, ja, weißt du, wie lange wir schon wieder reden? Nee. Insgesamt jetzt eine Stunde. Was? Und weißt du, wo mich das jetzt hinführt und darum wird es vielleicht in der nächsten Folge dann gehen? Was ist ein guter Arzt? Und wie soll sich das Ärztebild ändern? Und wir sind schon wieder zu Ende. Es geht ja einfach so schnell. Wenn du die vorige Folge sehen willst, kannst du das machen. Du kannst aber auch die nächste Folge sehen, aber die erscheint erst in einer Woche. Also vergiss nicht, hier zu abonnieren, die Glocke zu machen und diese ganzen Influencer-Sachen zu machen. Es freut mich wahnsinnig, dass du bis hier drangeblieben bist. Es zeigt mir immer, dass wir vielleicht nicht alles falsch machen. In diesem Sinne freue ich mich, dich nächste Woche zu sehen.